Und damit heiße ich euch herzlichst Willkommen zurück zu einer Runde Battlegrounds, meine lieben Freunde. Heute mit dabei, der Timo sitzt auf der Beifahrerseite und wir sind gerade auf der Suche nach Gegners. Wir sind nämlich Villa runtergegangen, alleine, haben fleißig gelootet, sind dann rüber zum Bergballlager, da war keiner. Und jetzt sind wir auf der Suche nach Gegnern, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann schauen wir mal. Gut, ich hoffe nämlich sehr, dass euch die Runde gefallen wird. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und danke für euren Support. Ciao. Bisschen Action. Und wem? Kein Wort verstanden, was du erzählt hast. Das war urlaut im Auto. Na, teils sind überall die Türloh. Ist die Frage, wo waren sie zuletzt, ne? Hier ist eine Kiste. Auto. Osten. Jetzt sind die genau in das andere Gebäude gegangen. Wollen wir da rüber? Hm. Also Richtung Osten, ja? Hm. Alles klar. Bin auf dem Weg. Ich habe ihn gefinisht. Rein, 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 rein. Ich heil mich kurz. Ja. Also von hinten, ne? Hast du gesehen? Kam die K. Warst du das? Ne, das ist der Kollege. Wie bei uns? Ja, der macht kurz Paniken. Halt dich erst. Halt dich. Okay, ready? Ja. Ja. Keine Ahnung, wo er ist. Hat der sich ausgelockt? Hier liegt eine Leiche. Ja. Aber dann ist er nicht tot. Dann steht er doch, oder? Der hat eine Granate. Ach so, der hat sich selbst mit der Granate getötet. Ja, der ist nach voller Loot. Ah, das wäre ja komisch. Der 3er-Helm ist plötzlich verschwunden. Vielleicht der 3er-Helm. Ach, ich weiß nicht, wovon er. Was haben wir denn da? Na, K. Ich hätte gerne die K von dem Typen, der auf uns geschossen hat. Kein Problem. Ich hätte auch gerne viele Sachen. Ja. M16, man. Was ist die Tür zu? Ja, alles klar. Ich glaube, ich nehme lieber die AK anstatt das M16. Ich nehme die AK. Die habe ich doch auch. Das wäre ja doppelt da. Loot hier. Dann nehme ich dann die M16. Das wäre schön. Okay. Okay. So. Ein Momentchen heute. Ich bin noch am Wechseln. Wir müssen ein bisschen weiter, aber haben noch 50 Sekunden. Ich nehme lieber den Kompensator. Das ist nicht verkehrt. Wollen wir vorn raus dann? Ähm, nachladen noch. Okay. Warte, die andere machen wir auch noch nachladen. Alter, voll T3-Klamotte, der Junge. Let's go. Ja, stimmt. Mein Rucksack fehlt noch. Hm. Hast du einen Scope gefunden? Nee. Ich habe zwei Worte gefunden. Ich dachte, du... Okay. Auto oder Car? Was? Auto. Let's go. Weiß ich nicht, warum... Meinst du, er ist noch hinter uns? Glaube ich nicht. Der ist hier irgendwo am... Ich gehe davon aus, dass er... ...dann den Berg hoch ist und... ...weitergelaufen in die Zone. Weil er kein Auto hatte. Okay. Weiter rechts in der Brücke? Ja. Was ist das? Links sind Schüsse. Was du immer hörst. Ab hier gehen wir zu Fuß, okay? Warte, 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 warte. Ich kann nicht bremsen. Kein Spaß. Das ist alle. Und kein Benzin mehr. Das ist relativ close. Da vorne auf dem Hill oder was? Ähm, das hätte ich auch geschätzt. Oder die gelben Häuser dahinter. Oh, ich schätze. Hinterm Berg ist einer und beim gelben Haus ist einer. Das ist krass. Das hat mich... Das sind nur 35, Alter. Einer war rechts in Venedig, ne? Das haben wir mitgekriegt. Aber ist nicht so wild. Weit weg. Das ist noch keiner gestorben von den beiden. Die Leute haben einen Scope. Mit der SKS könnte das aber sehr gut sein. Da vorne laufen sie. Beide. Äh. Ja. Auf mich geschossen vom... Ja, vom Sniper-Turm da oben. Ich lauf mal weiter, ja. Wir müssen ein bisschen. Sollen wir den Zeilen da herlaufen? Also einer ist im Nordwesten, oben auf dem Turm. Da ist die SKS. Lass mal da hin. Da wissen wir, wo sie sind. Was ist das? Also die zwei laufen, ungefähr bei 250, oben auf dem Berg hinflang. Ja, das ist zu weit. Parallel zu uns. Parallel? Ja, also auch in die Richtung. Okay. Sniper-Turm ist bei dir der Berg vor uns, oder? Ja, ja. Da, wo gerade geschossen wird. Da oben bei der kaputten Kathedrale oder was ist es. Ja, passt. Okay. Willst du rechts oder links hoch? Gibt es da nicht nur einen Weg? Ach, der andere ist doch von hinten der andere Weg, oder? Ja, ja. Aber sehr vorsichtig, ne? Schön anschleichen, Alter. Du machst Ur-Steps. Die hört man drei Kilometer weit. Super, ich hänge fest. Auf dich? Nein, nein, nein. Aufs Auto. Die sind dahinter, ja? Nehmen wir rechts rum. Rechts rum? Achso, du und ich links. Hier ist er nicht. Muss irgendwo bei dir sein. Hier ist ne Kiste bei mir. Einen hab ich. Ich hänge fest, Alter. Ich kann dir nicht helfen. Wenn du da stehst, hilfst du mir schon. Hast du beide? Ja, ja. Hab's. Ich halte mich hoch. Hier ist noch ein R-Soppressor. Ja, gut für dich. Ne, ich hab da schon einen. Ja, ich weiß. So mein's. Ja, ja, ja. Ich verstehe, ich verstehe. Hat er irgendeinen Snipper oder so? Hast du irgendwo, ähm, Scope? Ja, ich hab ein 8er und ein 4er hier rausgenommen gerade. Okay. Ähm, 16. 18 Sekunden. Ja, ist nicht so weit. Okay, 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 okay. Ähm, ich würd das 4er hier. Ich weiß nicht, ob du kannst das 8er überhaupt gebrauchen. Soll ich das geben oder? Ja, ich würde gehen. Ich hab ein M16. Äh, ja. Leg ich hier drüben hin. Lichter. Was ist ein M16? So, hier. Ne, M16 A4. Ja, das ist das. Das ist richtig. Na gut. Dann lass uns weiter. Ja, ich schmeiß grad noch Sachen weg. Ja, ja. Ja, ja. Hier wäre die SKS, aber... Ah, ist nix drin. Was wir brauchen. Extended Mag. Let's go. Guck mal. Die Zone ist da, ne? Weißt du? Scheiße, meine Rüstung ist voll im Arsch. Wow, meine auch. Mein 3er hat nichts, aber meine 3er West ist fast im Arsch. Ja, easy. Wir sind besser am Flussbett, ja. Von oben links wird geschossen. Aber nicht auf mich. Okay. Wer war denn jetzt? Irgendwo vom Hill. Auto, oben. 285. Fährt zur Brücke. Ja, aber lass nicht schießen. Doch, aber... Ja, ich... Hab ihn. Ich meine, ist geil. Okay, wir kurz anhalten am Auto. Nicht so lange waren, ne? Er wurde von oben beschossen. Von Westen. Also, bevor er hier runtergefahren ist. Ja. Okay. Guck mal, du lootest du das? Okay. Willst du da 8er dann wieder? Ne, 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 ne. Mach mal weiter, mach mal weiter. Einfach Attacke. Komm mal. Ich brauche eine Weste. Okay, die hat... Ja, ein 4er. Nicht hinlegen, Alter. Komm mal. Und weiter. Komm mal. Was? Ich wechsle die Waffe. Ja, was? Warum? Hab ich doch gesagt. Was hast du denn? Was magst du denn an dieser Waffe nicht? Ne, mir hat sie gerade nicht gefallen. So optisch ist sie nicht so meins. Ne, vom Verhalten. 8er hab ich. Okay, okay, okay. 53 Sekunden. Hast du es 8er genommen? Nein. Muss ganz unten drin sein, oder? Ist halt weg. Durch den Boden geglitscht oder alles. Also, ich hab keins in der Tasche. Ich hab's auch. Ready? Alles geladen? Ja. Okay. Äh, lass uns an der Brücke durchs. Kann man dann laufen? Naja, ne, ne, laufen. Alles okay. Ich würd' sagen, vielleicht hier noch welche im Turm oder so. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Warte mal, warte mal. Das ist mal nicht so weit nach vorne. Hier, close. Vorm Turm aus. Nee, das ist doch frisch fahrt. Er ist down. Du musst sofort in die Zone laufen, ne? Ja, ich weiß. Wenn du's überhaupt schaffst. Ich hab aufgehört zu schießen, weil ich gedacht habe, du hast irgendeine. Sorry. Komm, lauf, 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 lauf. Direkt am Buf... Da sind zwei, siehst du den? Oh. Sie springen ins Wasser. Ich verstehe. Nicht ins Wasser, ne? Ja. Du musst erst in die Zone laufen. So nah wie möglich ran. Gucken, ob wir sie noch sehen. Oh. Die sind gerade ausgeschwommen. Die sind unter der Brücke gerade. Ich heil mich hier kurz. Ja. Unter der Brücke. Wenn sie rauskommen, gehe ich ins Wasser. Nee, okay. Wir können da nicht raus. Wir gehen jetzt an Land. Dann wieder in Wasser. Wollen wir rüberschwimmen? Haben sie das gefixt oder was? Ja, lass gerade rüber. Komm an. Wir können da nicht auch. Wir gehen auf die andere Seite von der Brücke wieder. Ja. Ich würde mich aber, wenn wir hier sind, kurz boosten. Ja, ich auch. Ich boost mich auch. Na, ich habe sogar nur zwei. Ich gebe dir was. Haben wir noch was übrig? Hast du ja gerne. Einen Pain Killer. Oh yeah. Ich habe selber noch einen. Also ich habe 1,1. Ja, also ich booste mich voll. Ja, die kommen zu uns wieder. Ja? Ja, klingt aber nichts. Ich stehe hier oben. Hast du den Pain Killer genommen? Abstein? Nee. Ach doch, da. Da, ich habe ihn gesehen. Ja, dann sollen sie an der Zone sterben da unten. Ah, shit happens. Komm mal. Let's go. Wir müssen noch ein bisschen aufräumen. Ach, das ist ein Busch. Da vorne stehen zwei. Einer, siehst du den? Ja, ja. Lass weiter, lass weiter, lass weiter. Wir holen. Lass safe bleiben. Einer ist genockt. Hab sie. Ah ja. Kommst du oder? Ich bin gerne auch hinter dir. Wir müssen die hinter uns aus dem Motorrad. Oben auf dem Dach, oben auf dem Dach. Ausgenockt. Auf dem Dach? Ja, ja. Easy. Geist. Ich gehe hinten rein. Let's go. Ich bin bei dir. Ich habe die Shotgun im Anschlag. Hast du ihn? Hab ihn. Alles. Da wusste. Ein Energy. Der dauernd zu pressen. Auch eine Dreierbeste. Der ist ein Pankkiller für dich. Haben wir. Wow. Bitch. Haben wir, äh... Shotgun-Money irgendwo? Boah, weiß ich nicht. Ich guck mal hier nochmal durch, ganz kurz, ja. Ich gehe an die Tür, warte. Lass mich mal kurz durch. Ah, ja. Bist du durch? Gut. Ja, der hat Shotgun im Monat. Jede Menge, Alter. Ah ja, hier ist noch ein bisschen Booster drin, danke. So. Hab ich doch gesagt. Achso, hab ich nicht gehört. Das war wahrscheinlich, weil ich da vor Schreck weggerannt bin. So. Wollen wir mal gucken, dass wir rüberkommen, oder was? Nochmal boosten. Ich sehe einen. Zwei Leute, ich sehe ihn. Wo, wo, wo? Hast du einen Achter? Nee, ich habe... Wow, der hat einen Achter. Ja, den habe ich. Wollen wir runter? Und unten raus? Nächste Abstand. Beide. Siehst du hier? Alter, Finne. Du musst mich kurz heilen, vor allem weitergehen. Äh, zwei sind jetzt noch hinten am Strand. Ja, ich weiß. Ja, einen davon habe ich gekillt. Ja, einer... Ja, einer... Ist los? Ja, let's go. Hier raus und Attacke. Hast du dich geboostet? Ja, ganz leicht. Habe ich nur noch. Okay. Direkt in dieser Amkamer. Die ist sehr schnell. Links laufen zwei entlang der Sound. Zu den Häusern. Die wollen ins Haus rein. Ja, ist auch richtig so. Wollen wir den Turm einnehmen oder was? Unten? Ja, komm. Ja, müssen wir. Sonst sind wir hier gefundenes Fressen, Alter. Außer an der Kante halt. Uh, komm rein, komm rein. Ist die... Ist... Sind wir drin? Nee, ne? Mach zu. Nee, aber wir können direkt raus. Sehr, sehr schön. Ist ein guter Spot. Also, zwei sind im blauen Haus vor uns. Was? Links? Äh, Nordwesten. What the hell? Siehst du, wen er ist? Ja, der bewegt sich da. Jetzt gerade nicht mehr. An dem großen Fenster beim Balkon. Rechtsseite. Okay, nee, die sehe ich von mir aus hier nicht. Ich hasse das. Immer bewegen, bitte. Ja, du hast zwar einen Dreierhelm auf, aber wäre scheiße, wenn du jetzt noch damage kriegst. Hast du eine neue Weste? Ja, ich habe eine Dreier, ja. Ich habe auch... Hast du meine kaputte? Ich habe meine zwei Dreier. Nee, nee. Da war noch eine drin. Die hatten beide eine. Ja, aber ich... Wow. Das war knappes, Alter. Ich booste mich kurz. Von hinten, oder? Ich hänge hier fest. Hinter uns. Äh, kann sein. Ich werde mich jetzt ganz kurz hochboosten und dann würde ich sagen, wir gehen hier raus, Alter. So, das war's. Wir haben auch geboostet. Wollen wir gerade aus... Nee, 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 von gegenüber. Irgendwo aus den Häusern gegenüber. Wird auf die andere Straßenseite. Ja, ja, komm. Da muss eine Kuppe sein. Ich hoffe es. Oder hier? Bei mir? Erstmal gerade rüber. Zack. Ich gehe hoch auf den Hill. Okay, die anderen springen auch runter. Ja, seh sie. Okay, der andere ist hinter mir. Hab beide. Also beide. Nee, 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 nee. Einer ist noch vor dir. Ja, von dir aus, da, wo sie beim blauen Haus. Hab ihn. Nice. Sehr, sehr schöne Runde, Alter. Ehrlich? Vier Kills hab ich. Du fünf. Ich hab sieben. Ich hab sieben. Sieben? Nice. Alter, elf Kills. Schönes Chicken Dinner, Alter. Nice. Ey, da war auf einmal einer hinter mir, ey. Ja, da, ja, ja. Die, die von, die parallel zu uns gelaufen sind. Das waren noch die. Ah, okay. Nice. Aber die sind sehr spät gekommen. Jetzt hätte ich gerne was von mir. Sondermatch. Gerne. Ja, meine lieben Freunde. Das war wieder mal eine Runde PUBG mit Timo. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. War eine sehr intensive, schön runtergespielte Runde. Lass auf jeden Fall ein Like da. Vielen, vielen Dank für euren Support. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.